Fußball ist eine Sportart mit Höhen und Tiefen. Fußball ist wie ein Rendezvous zwischen mir und deiner Mutter. Es findet jedes Wochenende statt und wird live im Fernsehen übertragen. Aber Fußball ist vor allem eines. Überhaupt nichts für mich, denn ich bin scheiße. Und somit viel Spaß mit dem Ellie Geller Club 2022. Hey Digga, wirklich eine schnelle Brille. Ja, die ist nicht mehr so aerodynamisch. Rückkehrzahn, oder bist du ready? Eigentlich muss ich jetzt nicht so gut beginnen, weil die Leute nicht machen dann eine Schraube oder so. Musst du anfangen? Das sehe ich Sterne gerade. Holy shit Digga! Ganz kurze Frage Digga. Wer bist du? Ich bin Cole Black. Ich bin Cole Schwarz. Cole! Allemag! Oh shit. Ja, einfach eine Bulle Vita Wade, dann läuft das wieder. Es kommt nicht drauf an, wer am meisten gewinnt. Es kommt drauf an, wer immer wieder aufsteht und somit dann beim nächsten Mal gewinnt. Ihr sagt mir die ganze Zeit, ich soll Tore schießen. Dann gehe ich auf das Feld, mache einen Headtrick. Und ihr war halt nicht da. Waren sie mir nicht so schön? Ne, gar nicht. Es waren immer so Gestacher. Hey Digga, Digga, Digga. Das interessiert mich nicht. Ich glaube, ihn kennt jeder hier in der Halle. Applaus für Erdogan! Ich freue mich, dass du hier wirst. Ich glaube, auch hier in der Halle. Ich muss jetzt spielen anscheinend. Scheiße. Das ist die most random Einwählung. Bist du ready fürs Spiel, sagen wir mal ehrlich, hier in der Garderobe? Eigentlich gar nicht. Du musst aufs Spielfeld, Digga. Echt? Ja, also ich glaube, die laufen jetzt dann direkt ein. Und das ist das erste Halbfinale. Und du spielst einfach. Oh Digga. Ich komme nicht in die Schuhe rein. Ich bin drin. Hey, ganz kurz, ganz kurz. Die Frage, welche Position spiele ich? Welche willst du spielen? Wir machen tatsächlich mehr Mann-Deckung. Das heißt, wenn du merkst, dass zwei Leute nach hinten laufen, dann bist du unser Stürmer. Okay. Hier laufen die gleich ein. Wühlmoos knoppt Ogen, lange Nase. Wer könnte das sein, Mann? Keine Frage. Das ist definitiv ein Vorteil. Die mit dem Ball gewinnen. Stell der Funktion in der Part. Oh, das ist das Ding. Au. Oh. 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 Es hat viel dazu beigetragen. Sack ich. Sack ich. Sack ich. Ja. Ich habe kein einziges Gruppenspiel gespielt. Jetzt ist das Finale. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist. Ich spiele im Deutschlandtrikot. Wir waren so chillig am Chicken essen. Und dann schreibt mir Max der Protze. Guck, Guck, Guck. Wir brauchen Ersatz. Wir stellen das Chicken hinten rüber. Und du musst mitspielen. Fünf Minuten später stehe ich auf dem Feld. Digga, ich war gar nicht ready. Ey, ich finde ehrlich das Deutschlandtrikot viel schöner als das Schweizer Trikot dieses Jahr. Was das von diesem Jahr sind. Ja, ja, ja. Ey, das habe ich gesehen. Was? Das ist voll im Fokus jetzt. Nicht so. Voll im Fokus. Ja, das ist voll im Fokus. Okay, okay. Aufschwitz. Ja, das ist voll im Fokus. Das Logo von Deutschland hat mich beim Anlauf so ein bisschen zurückgehalten. Weißt du, was ich meine? Und das kann er. Das kann er, der Schweizer. Das ist voll im Fokus. Das ist voll im Fokus. Das ist voll im Fokus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017